Ja, herzlich willkommen bei den Gesund- und Aktiv-Tagen, die ja heuer schon zum sechsten Mal stattfinden. Diesmal an einem neuen Veranstaltungsort, nämlich dem Vitalpinum in Thal. In der Energiearbeit, in der Arbeit mit feinstofflichen Energien spielen ja Kräuter und Kraftplätze zum Beispiel auch eine große Rolle. Und da ist das Vitalpinum auch ein idealer Veranstaltungsort. Wir haben verschiedene Methoden innerhalb von dem Berufsfeld der feinstofflichen Arbeit mit dabei. Von der Kinesiologie über die Kraftquelle Humor, von Körblersymbolen bis zur Astrologie und Aura- und Chakrenarbeit zum Beispiel. Seien Kollegen und Kolleginnen aus ganz Osttirol mit dabei. Insgesamt gibt es in Osttirol über 80 Energetiker und Energetikerinnen. Und einige davon präsentieren ihre Arbeit und worum es bei der Energiearbeit geht, da im Vitalpinum bei den Gesund- und Aktiv-Tagen. Schein Amen. Amen.